Weihnachtsköre von Jugendlichen Die gibt es zum Glück noch immer, wie damals zu meiner Zeit. Da drüben, eines der singenden Mädchen, das ist meine Tochter. Und ich bin dankbar, dass sie gesund und unbekümmert ist. Ihre Gemütsruhe und Geborgenheit sind für mich noch immer etwas Besonderes. Auf keinen Fall sind sie Teil der Weihnachtserinnerungen aus meiner eigenen Jugend. Aber auch ich gehörte, als ich 15 war, zu einem Jugendchor. Und wir konnten mit unserem Gesang, wie eine blinde alte Dame uns damals versicherte, selbst den Teufel zur Andacht bewegen. Die Aufgabe unserer New Yorker Kirchengemeinde bestand in den frühen 60er Jahren vor allem darin, uns Teenager von all den offensichtlichen Bedrohungen fernzuhalten, von den Gefängnissen, den Drogenhändlern und den Glücksspielern. Der Dirigent unseres Chores an der Bethany Memorial Church, Marvin Boyd, verfolgte einen eigentlich unerreichbaren Traum. Er wollte aus seiner Bande potenzieller Übeltäter und bereits straffällig gewordener Jugendlicher jeder Nationalität und jeden Armutsgrades eine gesunde, tüchtige Gruppe christlicher Menschen machen, die gut gekleidet waren, ausgezeichnete Manieren hatten und Gleichaltrigen als Vorbild dienen konnten. Doch um ehrlich zu sein, hatten wir für die Segnungen der meisten nützlichen Beschäftigungen wenig übrig. Wir legten unsere Zigaretten oder Billardstöcke nur zur Seite, wenn wir zum Singen gerufen wurden. Aber dann sangen wir alles. Überall. Und wir sangen gut. Als Mr. Boyd aus unserem Haufen, der zu improvisierten Treffen in Kneipenhinterzimmern zusammenkam, einen richtigen Chor formte, komplett mit einheitlichen Gewändern, erwiesen wir uns zu seiner Überraschung des Vertrauens würdig. Kein Chor hat jemals intensiver geprobt. Innerhalb von zwei Jahren wurden wir offenbar tatsächlich die christlichen Vorbilder, die er sich erträumt hatte. Krankenhäuser, Altenheime und Bibliotheken schickten Einladungen und wir leisteten ihnen gerne Folge. Aufgebrezelt mit unseren schmucken Umhängen, um unsere Verschiedenheit und unsere abgetragene Kleidung zu verbergen. Bis Remy dazu kam. Remy war ein 19-jähriger Flüchtling aus Batistas grausamem Kuba. Mager, ruhelos, dunkelhäutig, mürrisch. Er hatte unsere Chorproben bis in sein möbliertes Zimmer ein paar Häuser weiter gehört und kam daher gestürmt wie ein Falke im Nordwind. Binnen zwei Monaten war dieser Meister der Gitarre mit seiner herrlichen Stimme unser Anführer. Remy war der perfekte Musiker. Allerdings weigerte er sich, den Chorumhang zu tragen. Es ist nicht schwer zu erraten, was als nächstes geschah. Remy war nun mal unser Idol und wir alle folgten seinem Beispiel. Trotz Mr. Boyds Flehen, trotz der Klagen des Frauenvereins, dass wir ärmlich aussäen, blieben wir eisern und traten so auf, wie wir waren. Ohne sein Chorgewand war Furat wieder ein Ägypter. Die Brüder Watanabe waren unverkennbar Japaner. Angie Sabella ließ ihren unwahrscheinlichen Sopran aus einer vollen Brust erschallen, die sie mit knappen Angora-Pullis schmückte. Meine Schwester und ich trugen billige, selbstgenähte Klamotten, doch wir hatten von Remy gelernt, was Stolz bedeuten kann. Er trug Schals in Leuchtfarben und untermalte feierliche Choräle mit Bongo-Rhythmen. Man drehte sich nach uns um und steckte die Köpfe zusammen, wohin wir auch kamen. Bis wir an einem Heiligabend für Blinde sangen. Im Schneegestöber standen wir vor einem Blindenheim im Osten der Bronx bis zu den Knöcheln im frostigen Weiß. Von Angie abgesehen hatte keiner von uns Stiefel. Und außer Angie und Mr. Boyd auch niemand Handschuhe. Wir waren nass und starr von dem langen Weg von der Hochbahnhaltestelle. Doch die 42 Geschenke, die wir für die Patienten mitgebracht hatten, waren sicher unter unseren Jacken und Mänteln verstaut. Eine Pflegerin ließ uns ein und bat uns, die nassen Schuhe auszuziehen. Und es nicht übel zu nehmen, falls einige der Patienten während des Vortrags schnarchten. Sie hätten nämlich gerade ein richtiges Festmahl mit echtem Plumpudding hinter sich. Wir blickten mit großen Augen auf die Blinden, die sich aneinander festhielten, als sie in den Saal geführt wurden. Ihr Lächeln war strahlend, fast kindlich. Als hätten wir das Christkind höchstpersönlich mitgebracht. Hatten wir je, ehe diese ungewöhnliche Heiligabendparade an uns vorbeizog, geglaubt, dass es außer unserem eigenen noch anderes Leid auf der Welt gab? Wie sollten wir für diese Menschen singen? Hatten wir überhaupt eine Botschaft für sie, die ihnen etwas bedeuten konnte? Nun, die Stiefkinder des Glücks verstehen einander. Und so stimmten wir an und gaben ihnen alles, was wir zu bieten hatten. Wir begannen mit Jingle Bells. Sofort klatschten sie mit uns, die Füße schlugen den Takt und sie stimmten sogar ein. Dann folgte Stille Nacht mit Angies engelsgleicher Solostimme. Das Lächeln wandelte sich in Tränen. Was bewies, dass auch Blinde weinen können? Das hatten wir nicht gewusst. Immer ergriffener wurden sie, während wir weiter sangen. Sie weinten oder starrten mit offenem Mund geradeaus, blickten an uns vorbei, zu irgendeinem Ort, in irgendeine Zeit, die nur Blinde sehen können. Immer mehr Zuhörer tasteten sich mit Stöcken herbei oder wurden in Rollstühlen hereingefahren. Und dann war es Zeit für die Bescherung. Wir waren so aufgeregt, dass wir etwas schenken durften, wie es nur die Armen sein können. Die Spenden unserer Mission waren, wenn auch äußerst sparsam, für diesen Anlass verwendet worden. Auch das war übrigens eine Idee von Remy. Einige von uns sangen ein Solo, während die anderen die Geschenke in die erwartungsvollen Hände oder auf den Schoß der Blinden legten. Aber noch immer kamen weitere hinzu. Ein Lied nach dem anderen folgte, bis uns allmählich klar wurde, dass unsere Geschenke nicht für alle reichen würden. Wir zählten immer wieder mit wachsender Verzweiflung. Es waren und blieben 15 Personen zu viel. Josef, lieber Josef, mein, nur Angie sang noch. Wir anderen gestikulierten und deuteten auf die wartenden Hände der Blinden in den letzten beiden Reihen. Mr. Boyd sammelte uns um sich und versicherte flüsternd, dass alle Verständnis haben würden. Er wollte eine kleine Rede halten und sich persönlich entschuldigen. Remy's eindringlicher Blick suchte jeden von uns. Dann nahm er seinen grellgelben Schal ab, wickelte ihn sorgfältig in Papier von bereits ausgepackten Geschenken und legte ihn in den Korb. Ihr müsst das nicht tun, sagte Mr. Boyd. Aber niemand hörte auf ihn. Wir durchstöberten schon unsere Taschen. Richie Watanabe wickelte sein Taschenmesser ein und gab es in den Korb. Fuad nahm seinen Gürtel ab. Angie holte ihre Handschuhe. Ich nahm einen dünnen Silberring vom Finger. Remy schob seinen Hocker vor die erste Reihe, zupfte seine Gitarre und sang mit klarer, voller Stimme, während wir Geschenke einpackten. Haarbürsten, Kämme, ein Christophorus-Medaillon. Marys neue Mütze, Mr. Boyds Uhr, seine Uhr für einen Blinden. Um Mitternacht verließen wir das Heim, gerade als die Glocken einer nahen Kirche Weihnachten verkündeten. Voll innerer Wärme schritten wir den langen Weg zur Haltestelle zurück und sangen, während wir auf die Hochbahn warteten. Ein geistlicher und zehn Stadtkinder mit glänzenden Augen stemmten sich ohne Handschuhe und Stiefel gegen den Wind. Ich nahm damals etwas mit, was mir bis heute erhalten geblieben ist. Wir, die wir nichts zu verschenken hatten, gaben von unserem Reichtum. Wir, die wir nichts als zerlumpte, abgebrühte, einsame Gassenkinder waren, waren gerührt und gezeichnet durch unsere Kraft zu lieben. Der Himmel, von dem wir sangen, schloss nun auch uns ein. So wie wir waren. Sogar ohne Chorgewänder. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Amen. Amen. Amen.